Der Porsche 356 Roadster, das erste unter dem Namen Porsche-gebaute Automobil. Vor genau 75 Jahren, am 8. Juni 1948, erhielt der Prototyp des heutigen Klassikers seine Betriebserlaubnis. Porsche selbst bezeichnet das als Geburtsstunde der Weltmarke. Heute steht Porsche, wie alle Autohersteller, vor großen Herausforderungen. Mit Blick auf das europaweite Aus für Diesel- und Benzin betriebene Verbrennermotoren im Jahre 2035. Bei einigen Nostalgikern löst der Übergang zum Elektromotor gemischte Gefühle aus. Seinen grünen Porsche holt Michael Brauner Stuttgart nur zu besonderen Anlässen aus der Garage. Das Fahrzeug ist so ein kleines Goldstück natürlich. Wir haben schon mehrere alte Fahrzeuge gehabt, aber alles wieder abgegeben. Jetzt ist das dieses Stück, das ich eigentlich immer haben wollte. Sein Traumauto. Der 356 gilt als Urmodell. Es ist das erste Fahrzeug, das offiziell den Namen Porsche trägt. Ferry Porsche konstruiert und entwickelt den Wagen 1948 noch in Österreich. Gebaut wird er später in Stuttgart. Heute steht die Nummer 1 im Museum. Ferry Porsche suchte nach einem leichten, effizienten Fahrzeug, das die Energie bestmöglich umwandelt in Fahrdynamik. Und das war der 356, ein 585 Kilogramm schweres Leichtbaufahrzeug aus Aluminium mit einem modifizierten Käfermotor, den es damals einfach schon gab mit 35 PS. Deutlich schneller ist dann schon der 911er, der in den 60ern folgte. Im Motorsport testet Porsche neue Entwicklungen. Die Fahrzeuge vor allem hochmotorisierte Spaßmobile. Porsche jetzt steht sehr gut da, aber das ist eben noch diese alte klassische Verbrennerwelt. Und in Zukunft hat Porsche eben diese große Transformation noch vor sich, nämlich Transformation Richtung Elektromobilität. 2030 will Porsche 80 Prozent seiner Neuwagen voll elektrisch ausliefern. Aktuell gibt es nur ein Modell. Oldtimer-Fan Michael Braun in Stuttgart würde wohl vor allem der Sound fehlen. Seinem 356er bleibt er deshalb treu.